Hallo und willkommen zu einer Special-Folge vom Game-Based-Podcast. Eine Folge, auf die wir uns schon das ganze Jahr gefreut haben. Denn in dieser Folge möchten wir über das Thema Gamescom reden. Und für die, die nicht wissen, was die Gamescom ist, das ist die weltweit größte Messe für Games, die in Köln stattfindet. Die war jetzt letzte Woche vom 23. bis 27. August. Und ich und Dejan hatten das Privileg, dahin gehen zu dürfen und uns mit Leuten zu unterhalten, uns Stände anzugucken. Und darüber möchten wir jetzt berichten. Und dafür ist natürlich auch Dejan in dieser Folge dabei. Hallo Dejan. Hallo Dino. Ja, ich freue mich auch riesig. Also ich war ja vor der Pandemie tatsächlich auch schon ein paar Mal auf der Gamescom und hatte das Glück, da auch mit Entwicklern reden zu können, auch mit anderen Leuten. Also es ist ja nicht nur die Gamescom, sondern da werden wir jetzt auch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was eigentlich hinter diesem ganzen Event steckt. Dass auch hinter den Kulissen ja ganz viel läuft. Also dass da ja noch ein Gamescom Congress stattfindet, der gerade aus medienpädagogischer Sicht super spannend ist. Also da treffen sich auch alle, die sich irgendwie mit Games und Medien beschäftigen. Dann gibt es eben den Business-Bereich, wo man jetzt auch als normaler Besucher nicht hinkommt, aber durch die... Wo wir rein durften. Genau, als Fachbesucher durften wir dann da auch hin und hatten auch Termine. Und das bietet dann nochmal einen ganz, ganz anderen Blick. Und auch darüber wollen wir heute, glaube ich, ein bisschen berichten und erzählen, weil das ist das, was man vielleicht so nicht mitbekommt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten haben ja schon von der Gamescom gehört und man hat ja auch in der Berichterstattung selbst Nachrichten. Also auf dem Weg dorthin habe ich auf SWR 1 auch schon Berichte gehört und natürlich auch in Nachrichten oder so kriegt man das schon mit, weil es ist ein Mega-Event, jetzt gerade nach den drei Jahren oder zwei Jahren, wo es ausgesetzt ist und dass es jetzt wieder stattfindet. Und alle waren irgendwie auch gespannt, wie wird es jetzt? Also es war ja wirklich so die große Frage, kann das wieder diese alte Größe erlangen? Und dann gab es ja auch gleich zwei, drei schockierende Nachrichten, also schockierende für die Gamesbranche, dass halt irgendwie Sony, Nintendo, EA, Epic Games und so weiter, also ganz große Namen, Activision Blizzard, die man eigentlich immer sehr präsent auf der Messe gesehen hat, die haben halt abgesagt. Und da dachte man auch so, okay, ja, was wird denn das für die größte Gaming-Messe? Und dann sagen die größten Publisher ab. Also ein bisschen kleiner Spoiler vorab, ich finde das jetzt nicht unbedingt schlecht, dass die nicht da waren, aber da gehen auch die Meinungen auseinander. Genau, und das hat auch den Besucherzahlen nicht geschadet. Es waren zwar nicht so viele wie vor Corona, aber es waren 265.000 Besuche über die Tage und ich habe nachgeguckt, das sind mehr Leute, als die Stadt Freiburg an Einwohnern hat. Also der vor ganz Freiburg würde auf eine Messe gehen und noch ein paar Leute aus dem Umland. Und es waren trotzdem 1.100 Aussteller aus 53 Ländern da. Und dafür, dass es nach der Pandemie das erste Mal war, ist das sehr, sehr gut. Also ich muss auch sagen, es hat sich überhaupt nicht kleiner angefühlt. Also es hat sich ein bisschen angenehmer angefühlt, dadurch, dass die Hallen tatsächlich nicht ganz so übertrieben voll waren. Also ich kann mich erinnern, früher war es wirklich so, in den Konsumerhallen war es eigentlich das, was man gemieden hat, weil man wirklich wie in irgendeiner engen S-Bahn da quasi sich durchquetschen musste. Auch die Veranstalter verkaufen das so ein bisschen. Ja, ja, wir haben hier die Gänge geweitet, damit es mehr Platz ist und so weiter. Auch wenn man merkt, wenn man durchläuft, okay, hier hätte eigentlich noch ein Stand sein sollen und hier hätte auch einer sein sollen, aber das hat dafür gesorgt, dass es wenigstens nicht so klaustrophobisch war. Genau, also es war tatsächlich, ich fand es sehr angenehm. Also selbst in der Konsumer Area konnte man sich gut bewegen und das war so der nette Nebeneffekt. Also auch wenn sie es quasi so verkauft haben, weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Aber Nino, wie ging es hier denn? Also ich meine, du warst jetzt das erste Mal auf der Messe und was waren so deine Eindrücke? Ja, es war ja leider so, dass ich beim ersten Tag dann nicht dabei war, weil ich ein bisschen mit Long Cobill zu kämpfen hatte. Aber dafür war ich ja dann die anderen zwei Tage am Start. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dann doch noch dazu gebracht habe, rüberzugehen, weil es war echt sehr, sehr cool. Also vor allem, klar, wenn man dieses Business-Ticket hat, kann man sich auch noch mal ausruhen in den Hallen, wo nicht so viele Leute sind und sich das auch noch mal ein bisschen mehr hinter den Kulissen angucken. Aber es ist halt schon cool, das, was man dann immer im Internet und so gesehen hat, diese ganzen Leute, die Cosplay tragen, die verschiedensten, also so Spiele, wo ich ewig nicht gespielt habe und dann mir eingefallen ist, ah ja, das soll das und das sein. Und vor allem die Indie-Game-Arena, das, was da vorgestellt wurde, einfach mal ein bisschen rumlaufen, alles Mögliche auszuprobieren, was man davor noch nie gespielt hat, das war jetzt schon sehr, sehr cool. Und ich würde die Erfahrung auf jeden Fall auch nicht missen wollen. Ja, also ich dachte auch, an dem Tag, wo wir fahren wollten, war das ja auch erstmal so, alles super geplant, alle Termine ausgemacht und so weiter, waren so ready und nachts schreibst du mir so, boah, mir geht's nicht gut. Also man muss sozusagen, wir uns beide, wir haben uns gerade Corona hinter uns gebracht und waren tatsächlich eigentlich guter Dinge, dass wir gesagt haben, so hey, cool, dann können wir immerhin hingehen und ja, dass wir uns jetzt direkt nochmal und dadurch war es ein bisschen lockerer, aber natürlich, du hattest tatsächlich mit diesen Nachwehen zu kämpfen, die echt nicht ohne sind. Also es ist wirklich kein Spaß, leider. Und natürlich, ich habe es natürlich auch nicht übel genommen, aber es war dann trotzdem so, okay, jetzt muss ich halt allein, bin dann nach Köln gedüst und war dann heilfroh, als du dann gesagt hast, hey. Termine erst mal wahrnehmen. Genau, am ersten Tag so ein bisschen einspringen, war dann ein bisschen stressig, aber ich habe tatsächlich alles geschafft, was wir uns so vorgenommen haben und am Abend kamst du dazu und dann wurde es ja erst recht super und dann in den nächsten Tagen konnte man es dann so wie geplant aufteilen und aber so zum sonstigen Eindruck, also was mich immer wieder erstaunt ist, es sind ja zum einen trotzdem ungeheure Mengen an Leuten, die da zusammenkommen und man sagt ja immer auch die Gamer-Community, was immer das auch sein mag, im Netz und sowas, ja, da ist immer so viel Hass und sonst was und man auf der Gamescom ist, es gibt nichts Friedlicheres, also man hat solche Menschenmassen, also ganz ehrlich, am Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn ist mehr Gedränge und ja, Rumge... Ja, Zicke oder sonst was und dort hast du einfach unglaublich, also vor Ort sind die Leute so dermaßen friedlich und freundlich. Jeder hält sich an die Schlange, die da ist, auch wenn du drei Stunden warten musst, niemand drängelt, alle sind freundlich zueinander, alle sind einfach froh, dass sie da sind, dass es wieder stattfindet. Ja, es war sehr, sehr schön und das, was wir ja dann auch gemerkt haben, ist, wie divers dann das Publikum tatsächlich war, also sowohl der Ausgleich zwischen Männern und Frauen als auch, ja, die unterschiedlichsten Leute, die unterschiedlichsten Alter und auch, ja, sehr queerfreundlich, also es war einfach eine sehr, sehr offene Stimmung und das war sehr angenehm, im Gegensatz zu anderen Messen, wo ich bisher war, die dann eher businessmäßig waren, also wegen den Sachen, die ich davor gemacht hatte. Ja, da hat man nur Männer in Anzügen gesehen, also das war ja wirklich so, genau. Und bei den Terminen, die wir dann hatten, war halt das Tolle, ich habe mit Leuten geredet über ihr Baby sozusagen, also das war das, was sie mit Leidenschaft machen und das war jetzt nicht so, hey, ich möchte das verkaufen, kauf das mal, das ist voll schön, sondern es war so, hey, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe richtig mein Herzblut reingesteckt, ich möchte dir das präsentieren, weil ich wirklich überzeugt davon bin und das hat dafür gesorgt, dass die Interviews und ja, einfach die Gespräche sehr, sehr angenehm waren auf der Messe. Also das merkt man halt auch und da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch mal ein bisschen tiefer darauf zu sprechen, dass es nicht nur um Produkte geht, sondern es geht ja wirklich um, ja, auch Kultur- und Kunstwerke, die da geschaffen werden und auch die Leute, die dahinter stehen. Also das Schöne auch bei den Terminen, man hat ja wirklich nicht nur mit irgendwelchen Vertriebsleuten, wie es ja oft auf Messen ist, dass man einfach mit irgendwelchen Salesmen da unterwegs ist, sondern man hat wirklich die Gelegenheit, mit EntwicklerInnen direkt zu sprechen, die dann wirklich einem die Idee nahe bringen und denen es auch gar nicht so drauf ankommt, jetzt irgendwie, ja, ich muss jetzt irgendwie ganz viele Sales, sondern hey, ich habe hier ein tolles Werk geschaffen und ja, es ist schön, wenn euch das gefällt und sind da auch so offen. Also das ist tatsächlich, habe ich den Eindruck, also du warst ja auch vorher in anderen Branchen so ein bisschen unterwegs und auch selbst, ich meine, ich persönlich war irgendwie früher auf Filmfestival und da war auch die Stimmung ein bisschen anders. Also es war auch so Kultur und sonst was, aber fast schon ein bisschen auch mit einer gewissen Eitelkeit verbunden und den Eindruck habe ich jetzt im Games-Bereich eher weniger. Also das ist tatsächlich, wenn man direkt mit den Leuten redet und ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen irgendwie auch der Kultur dann im Netz, wobei auch da, wenn man sich ja auch die Foren und sonst was anschaut, also die Community kann auch sehr freundlich sein, aber im Netz kann es auch sehr schnell ausatmen und auch so ein bisschen in negative Richtungen gehen. Ja, sie beißen nicht in echt, sondern manchmal nur online. Genau, genau. Also wenn du die Leute dann real triffst, dann sind die super lieb. Und was halt unser Vorteil war, war ja, dass ich hatte ja das normale Business-Ticket, du hattest sogar das Presse-Ticket, weswegen du, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, einfach das volle, ganze Erlebnis mit allem, was man bei der Gamescom sehen konnte, hattest. Deswegen erzähl mal, du hast ja jetzt auch noch Hallen gesehen, die ich auch nicht betreten durfte. Was gab es denn alles so? Zunächst vielleicht das, was man kennt, sind ungefähr fünf Hallen, die halt so der normale Konsumerbereich ist. Also wenn man sich ein Gamescom-Ticket kauft, die jetzt auch leider auch teurer geworden sind, also man muss auch, das ist auch so ein Punkt, die ganze Messe, Veranstaltung, haben uns auch andere erzählt, auch Veranstalter und so, ist alles teurer geworden, auch für die Besucherinnen. Also ich glaube, irgendwie bis zu 30 Euro hat man für so ein Tagesticket gezahlt, wobei von einem Kumpel haben wir einen Tipp bekommen, es gibt noch so ein 16-Uhr-Ticket, was dann irgendwie 9 Euro kostet, was sich auch lohnt, weil später ist tatsächlich nicht so viel los und man sieht dann tatsächlich recht viel. Genau, und das ist das, was so präsent ist. Das sind die großen Stände, wo dann auch ganz viel auch so ein bisschen der Aufmachung ist, fast schon ein bisschen wie ein Vergnügungspark, auch großen Figuren, Ausstellern und was halt auch sich auszeichnet, sind halt immer so abgeschottete Boxen, wo man nicht immer direkt reinschauen kann, drinnen kann man halt in der Regel die Spiele anspielen, auch die noch nicht veröffentlicht sind oder Vorversionen, Previews und so weiter. Wenn man Lust hat, drei Stunden zu warten. Genau, also manchmal sind es auch nur Trailer, also das ist so das Enttäuschendste, man wartet irgendwie zwei Stunden und dann kommt halt ein Video, was dann zwei Tage später eh im Netz veröffentlicht wird und das ist dann auch ein bisschen, ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, selbst das wird gefeiert, also die Leute bringen ja Stühle mit und auch dieses Warten wird dann zelebriert und das ist dann für die okay, die haben sich ein, zwei Spiele vorgenommen und das schauen sie sich an. Aber, das ist jetzt genau der besondere Punkt dieses Jahr, dadurch, dass diese, ja, also diese Spiele, die jedes Jahr kommen, Call of Duty, FIFA etc., die waren ja gar nicht vertreten, auch Fortnite hatte, das letzte Mal, als ich war, eine halbe Halle und war einfach so präsent, dass viele, glaube ich, den ganzen Tag einfach nur dort verbracht haben und dadurch aber sehr viel verpasst haben und jetzt gab es doch sehr viel kleine, also mehr kleinere Stände, was ich persönlich gut finde, weil die dadurch sichtbarer waren und auch, glaube ich, Leute, die eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, einfach vorbeigelaufen sind und jetzt stelle ich mich an und ich habe, glaube ich, auch zwar auch Schilder gesehen, irgendwie so zwei Stunden Wartezeit, aber sowas wie vier, fünf Stunden, was ich auch gesehen habe vor drei Jahren, gab es so in dem Fall, ja, also habe ich zumindest nicht gesehen, will ich jetzt nicht beschwören, aber, also man hatte die Möglichkeiten, kleineren Ständen mehr zu sehen und wie gesagt, auch der Bereich ist beeindruckend, keine Frage, ist cool und darüber hinaus waren wir, wie gesagt, auch viel im Business-Bereich unterwegs, das heißt, die ganzen Entwicklerinnen haben dann für Presse und Business-Termine eben auch so kleine, also Boofs nennt sich das immer, so quasi wie so eine Box und die ist also bei vielen auch von außen gar nicht einsehbar, also manchmal ist es auch recht unspektive, das ist einfach nur so ein Kasten und nur wenn du einen Termin hast, gibt es halt eine Rezeption, da gehst du hin und sagst, hey, ich habe um 14 Uhr Termin mit XY und setze mich rein, drinnen kann man sich dann mit denen unterhalten, oft sind es dann so ganz kleine Räume und dann kommt man wirklich mit den Leuten ins direkte Gespräch und da hat man halt natürlich besonders viel über das Spiel, also für die natürlich auch gerade für die Presse, also wir schreiben ja auch ein bisschen für gamesimunterricht.de und auch für unseren Podcasts und so was, dadurch konnten wir jetzt auch diese Presse-Retitierung bekommen, genau, also sowas lohnt sich, wenn ihr selber da einen tieferen Blick reinwerfen wollt, wobei um die Termine ist der Business-Bereich eigentlich auch nicht so interessant, weil man kommt in viele Bereiche einfach nicht rein, was aber sehr cool ist, es gibt dort die Länderstände und damit zum einen auch die Bundesländer, also auch Baden-Württemberg mit The Land war vertreten, also unsere Kollegin Laura auf dem Gamesimunterricht und Helene, die waren ja auch da, haben wir dort getroffen, haben da das schön vertreten, es gab, ja, einen spanischen Stand, einen Schweizer Stand, es gab einen norwegischen, also, es gab so ziemlich jedes Land, das Spiele produziert, ja, ich glaube Großbritannien hatte den größten Stand, das war ein riesiges Arwehr, ja, genau, die Yuki-Boof, ja, es gibt schon viel zu sehen und es macht einfach Spaß, da auch rumzulaufen und man trifft da halt direkt die Entwicklung und kann auch da die Spiele auch ein bisschen ausprobieren, ohne jetzt dieses Gedränge und diese, ja, Wartezeiten jetzt auch von den normalen Hallen. Was auch erstaunlich dieses Jahr war, es waren sehr viele Nicht-Gaming-Firmen mit dabei, also mit einer der größten Stände war ein TikTok-Stand, auch in dem Konsumerbereich, es gab sogar Autohersteller, die da irgendwie mit drin waren. Was ein bisschen random war, dass die da waren. Ja, genau, Bundeswehr, die war schon immer irgendwie vertreten und diesmal war ich eher überrascht, dass es ein bisschen kleiner war, also ich hatte da auch schon irgendwie gepanzerte Fahrzeuge in Hallen stehen sehen, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie da auch nochmal auffahren. Was sehr cool war, ein ESA-Stand, also das war auch, erzähle ich vielleicht nachher noch, beim Gamescom-Congress waren die vertreten und hatten tatsächlich auch einen kleinen Stand, und auch die Hochschulen, die im Gaming-Bereich, also es gibt auch im öffentlich zugänglichen Bereich die Halle 10, die ist sehr, sehr cool. Also da ist zum einen die Indie-Boof-Arena, wirklich so Meter neben Meter, so wirklich winzig Stände, aber da stehen halt wirklich die Entwicklerinnen daneben und man kann ganz viele verschiedene Spiele ausprobieren. Nicht nur Geheimtipps, sondern auch so größere Indie-Games, die man schon tatsächlich kennt, sind inzwischen auch in der Indie-Boof-Arena angesiedelt und das ist seit öffentlich zugänglich, also kann man auch mit einem ganz normalen Ticket rein und kann da eigentlich den ganzen Tag verbringen. Es ist mittlerweile das gesamte Paket, was alles mit Gaming zu tun hat, also es ist nicht nur ich teste Spiele, sondern es ist alles sowohl Pädagogik, als auch was kann ich dann später in diesem Bereich arbeiten, also man kann wirklich alles, was mit Gaming zu tun hat, sich da informieren, was echt sehr cool war, vor allem auch für Jüngere, wenn sie sich mal angucken möchten, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und was halt auch sehr cool ist, bei der Gamescom, was wir ja auch dann bemerkt haben, gerade durch Katrin, mit der wir ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht hatten, war, dass die Gamescom unglaublich wichtig ist für kleine Entwicklerstudios oder die, die sich gerade gegründet haben und auch eine Spieleidee haben, in Kontakt zu kommen mit Leuten, die das Spiel vielleicht publishen könnten. Ja, also ich habe, wie gesagt, mit einigen auch Publishern geredet und eben auch mit gerade welche, die auch kleinere Studios und auch EinzelentwicklerInnen vertreten und unter anderem habe ich mit Matthias Sandström von Aurora Punks geredet und der hat uns zum Beispiel auch erzählt, wie man mit Spieleentwicklern in Kontakt kommt und was auch so ein bisschen die Besonderheiten sind mit kleineren Entwicklern und Studios. Ja, es ist ein paar Game Scouting, natürlich, aber ein paar Mal sie auch finden uns. Sie kommen zu den Punkt wo sie haben almost alles sie brauchen, aber sie lack Marketing oder sie lack QA oder sie lack jemanden mit Hilfe mit Netzwerken oder sie brauchen sie müssen aber sie nicht haben die Funds. Und dann sie finden uns in Aurora Punks und in Coldpixel und sie starten mit uns und für uns es ist ein ein Glück zu arbeiten mit diesen Promising Titeln mit wirklich talenteden Leuten. Ich manchmal hatte ich meine Charme zu hoch wenn ich eine Feature in den Spiel denke ich will wirklich benefit from. Wir hatten diesen einen Developer mit einem excellenten Spiel das war einfach zu beenden und ich wirklich wollte ihn mit Autosplitter und Twitch Integration zu machen es für Speedrunners und es took a while to have him see the benefit of doing that but other than that I think it's been very smooth for us. Ja also Matthias hat da ein bisschen erzählt dass es auch oft so ist dass die Spielentwickler wie gesagt auch selber auf der Suche sind nach Publishern und die eben finden und Aurora Punks beziehungsweise Coldpixel ist so eine Art Kollektiv wo sie sich quasi vernetzen können und eben auch Unterstützung bekommen und oft ist es so dass die Spielentwickler vielleicht super also künstlerisch selbst Einzelentwickler können da auch Grafiker sein und programmieren und so weiter also gibt es wirklich Multitalente aber gerade das Marketing und dieses okay wie bringe ich mein Spiel dann auch raus dass es irgendwo sichtbar wird dass es Leute sehen das ist spätestens der Punkt wo sie dann auch nach Außen Unterstützung brauchen und was ja auch diese typische Rolle des Publishers dann ist und da hilft er zum Beispiel oder andere Publisher denen und schafft dann auch ein Netzwerk also er hat dann auch zum Beispiel erzählt wenn es auf Musik geht das ist dann auch wieder so ein Punkt das können dann nicht alle auch da kann er dann irgendwie vermitteln wenn man dieses Auge dafür hat und sagt hey diesen Punkt müssen wir rausgreifen damit dieses Spiel auch in einer kleinen Community aber das reicht ja auch so quasi so eine Nische findet in der das erfolgreich wird und da können eben Publisher sehr sehr gut helfen vor allem vor allem wenn man selber vielleicht auch nur ein Ein-Mann-Studio ist und dann eben noch nicht so viel Erfahrung hat da lohnt es sich dann auf jeden Fall sich das Business-Ticket zu holen und einfach auch mal Ideen zu sammeln auf der Gamescom weil da wirklich sehr viel geballtes Wissen vorhanden ist vor allem eben im Business Area genau also was auch schön ist einfach auch in der Gaming-Branche wie viel Austausch da stattfindet also es ist ja gefragt so von wegen so die Bereiche es gibt den Konsumbereich den Business-Bereich und es gibt halt der Donnerstag ist traditionell immer der Congress noch also der Gamescom Congress was ja genau zum einen auch den Bildungsbereich mit einbezieht also für Medienpädagoginnen ist es super spannend da gibt es auch einige Panels aber auch Bezüge beispielsweise zur Forschung zur Wissenschaft zur Politik also Politik muss man auch sagen also Aushängeschild ist beim Congress immer dass es den sogenannten D-Battle Royale gibt also es hat glaube ich 2017 irgendwie angefangen und ich weiß nicht wie sie es geschafft haben aber da haben sie wirklich die Generalsekretäre der Parteien zusammenbekommen die dann in der Diskussion sich austauschen über Games und Digitalisierung also bis hin auch zu Digitalisierung in Schulen und sowas ist auch immer so ein Thema was da mit behandelt wird aber auch den wirtschaftlichen Aspekt also die Gamesbranche in Deutschland wie die gefördert werden kann was da alles geplant ist ein spannender Aspekt zum Beispiel der mir hängen geblieben ist ist diese Diskussion zwischen wie weit Games auch wirklich eine Kulturförderung bedarfen also es gibt ja quasi eine Gamesförderung auch vom Bund da sind ja knapp 50 Millionen die dann auch dafür ausgegeben werden und das wurde auch in der letzten Legislaturperiode dann gibt es natürlich diese typischen Spielereien so die einen sagen ja da habt ihr zu wenig gemacht jetzt machen wir mehr und dann sagen die ja aber das haben wir doch schon letztes Mal gemacht also es ist ganz lustig wie sich Politiker da irgendwie gegenseitig auch ein bisschen triezen ja genau also es ist eine typische auch ein bisschen politische Debatte also neben dem politischen Aspekt die Welt Royale ist eigentlich der Kern des Games from Congress sind dann verschiedene Sessions wo dann auch über medienpedagogische Themen über Bildung Wissenschaft auch wirtschaftliche Themen erzählt wird und das Schöne ist man kommt dann auch eben mit ganz vielen Leuten in Kontakt auch jedes Jahr aufs Neue sieht man dann auch alle die sich eigentlich auch im medienpedagogischen Bereich mit Games befassen und das ist immer ganz toll mit den Leuten wieder zusammen zu kommen Ja und ein Interview was du ja auch dann geführt hast war mit Eikenik Tappe der ist Professor für Digitalisierung und Medienpädagogik in der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Münster und seit 2019 Mitglied des Vorstands der GMK und der hat da auch was sehr cooles gesagt was einfach die ja die die Wahrnehmung von der von Gaming in der Gesellschaft angeht und da würden wir jetzt auch einfach mal kurz reinhören Ich glaube die Akzeptanz bei pädagogischen Fachkräften ob sie das Lehrkräfte sind oder in der sozialen Arbeit die steigt gegenüber Games und Gaming liegt natürlich damit zusammen zum einen weil die Generation mehr auch mit Gaming aufgewachsen ist die jetzt Fachkräfte sind zum anderen weil das Thema breiter diskutiert wird also die Hemmschwelle zu sagen wir setzen jetzt Games in Bildungsaspekten ein die sinkt deutlich was die Herausforderung ist ist natürlich methodisch didaktisch das zu machen damit es eben mehr wird als rein Belohnungsbestrafungsschema und das verpacken wir mit Punktesystem und dann haben wir den typischen Vokabeltrainer der 90er Jahre so wie er so funktioniert hat und das ist halt so auch wenn man jetzt sagt man auf Tablets in der Schule oder im Unterricht oder in der Jugendhilfe kommt es meistens darauf hin zurück dass wir halt dieses Trial and Error System haben wo wir wissen das kann nur ganz kurzfristig funktionieren aber so vertiefende Lernprozesse finden ja eher statt wenn ich intrinsische Motivation schaffe mich mit Gegenständen auseinander zu setzen anstatt nur eine Belohnung abzuholen und das kann so ein Game Design schwierig natürlich und da muss es mehr hingehen zu gucken wie kann man über die Games auch über die Bildung auch didaktischer einsetzen genau das klingt so ein bisschen wie das Echo von vergangenen Podcast Folgen von uns können wir alles unterschreiben was er gesagt hat oder ganz genau also es ist ja schön zu sehen dass dann auch in anderen mediempathurgischen Bereichen genau auch dieselben ja Strategien und auch Kurs derselbe Kurs quasi eingeschlagen wird und eben auch in anderen Bundesländern genau und die GMK ist ja auch auf dem Games & Congress immer vertreten hat ein ausführliches Panel wo einfach Methoden mediempathurgische Methoden aus dem Bereich auch nochmal vorgestellt werden auch da der Austausch ist immer super gut genau und während du beim Congress warst und dir die ganzen spannenden Vorträge angehört hast habe ich in der Zeit noch mehr fleißig Termine wahrgenommen mit SpieleentwicklerInnen habe aber auch in der Indie-Booth-Arena ganz viele Sachen ausprobiert und das ist ja was worüber wir dann auch geredet haben ist dir auch aufgefallen dass es so eine Art Trend gibt der uns jetzt vielleicht auch einfach nur aufgefallen ist weil das Spiele sind die uns interessiert haben dass es viele Sachen gab wo Tiere die Protagonisten sind und man aus deren Perspektive die Sachen spielt es gab ja jetzt diesen kleinen Hype um das Spiel Stray wo man eine Katze spielt die sich in der Umwelt ein bisschen hin und her bewegen muss und ein anderes sehr präsentes Spiel was auch wunderschön gemacht war War Endling ein sehr faszinierendes Spiel also ich habe es jetzt schon in den Bildern so gesehen dass es wunderschön ist aber dass man wirklich die Perspektive einer Fuchsmutter einnimmt die dann also Geschichte ist einfach die dass ein Junges quasi verschwunden ist und man versucht das zu finden und man hat dann aber noch die zwei anderen Jungen die man dann auch irgendwie versorgen muss die man füttern muss auf die man aufpassen muss und es ist sehr spannend weil man tatsächlich auch so in dem wie sich der Fuchs nicht nur bewegt sondern auch in dem was man macht ist man komplett in dieser Tierperspektive und weil man halt nicht mitfühlt mit einem Menschen sondern diesmal mit einem Tier das halt für die Zerstörung dieser Umwelt halt wirklich überhaupt nichts kann und ich habe das ja dann auch in der Indie-Booth-Arena ausprobiert gehabt und es war einfach sehr sehr traurig also es hat mir kurz die Stimmung kaputt gemacht aber es fängt halt damit an dass der Fuchsmutter das Kind geklaut wird und sie sucht das und schnüffelt und überall sind Menschen vor denen man Angst hat aber dieses Thema dass die Umwelt zerstört wird ist auch was was in vielen Spielen aufgegriffen wird wahrscheinlich auch weil es jetzt einfach in den letzten ich ja sag jetzt mal zwei, drei Jahren nochmal gesellschaftlich auch viel relevanter geworden ist als davor ja in der Tat also es gibt auch viele so sag ich mal Strategie- oder Aufbauspiele die dann während früher einfach nur aufgebaut wurde also SimCity baust halt einfach eine riesen Stadt und es ist eigentlich egal wie groß die ist und hauptsache größer desto besser und jetzt merkt man schon dass diese ganzen Aspekte auch mit der Umwelt dann irgendwie mit einbezogen werden also dass Ressourcen plötzlich begrenzt sind und dass man merkt okay man muss ja wirklich aufpassen dass man die Umwelt nicht zerstört wenn man aufbaut also da gab es ein Spiel Keingar hieß das das war auch wunderschön also es hat auch so verschiedene Settings aber auch da ist es dann je nachdem wo ich dann siedle muss ich mich sehr drauf einlassen was für Ressourcen habe ich zur Verfügung und aufpassen dass ich da jetzt nicht irgendwie zu viel verbrauche und das war generell dieser Nachhaltigkeitsaspekt und auch ja bewusst mit der Umwelt umzugehen hat in vielen Spielen tatsächlich so im Hintergrund eine Rolle gespielt fand ich sehr sehr spannend zeigt auch so ein bisschen dass halt Spiele Kulturgut sind weil sie spiegeln halt das wieder was wir in der Gesellschaft als relevant empfinden und worüber wir wahrscheinlich auch sehr viel nachdenken und probieren das irgendwie in Form von Kunst zu verarbeiten und ja diesmal in dem Spiel ist es zum Beispiel mit einer Fuchsmutter die irgendwie ums Überleben kennt in anderen Spielen sind es die mangelnden Ressourcen wovor wahrscheinlich auch viele Leute einfach Angst haben man merkt vor allem auch dass wenn man mit den EntwicklerInnen redet dass die sich natürlich auch sehr sehr viele also sowieso so die machen sich sehr viele Gedanken aber das ist wirklich ein Herzensding von denen ist dass sie diese Themen damit einfließen lassen und dass es deswegen auch so präsent in dem Setting und in den Spielen geworden ist ein anderer Trend der uns auch aufgefallen ist ist dass sehr viel wieder in Richtung Retro geht also die Retro Arena beziehungsweise der Teil der Arena der mit Retro Spielen voll war der war ich glaube der war sogar noch fast mehr besucht als die Indie Booth Arena weil die Leute so nostalgisch Lust hatten die alten Spiele wieder zu spielen und das erste was ich gedacht hatte als ich reingelaufen war war wow ich bin in den 90ern gelandet woher haben sie diese ganzen alten Fernseher und Computer aber auch die Termine bis hin zu Flippern also der Flipperautomaten und der ganzen Dance Machine und alles absolut also es ist so absolut dieses alte Gefühl also ich meine ich bin ja in den 90ern groß geworden aber alles was so 80er 90er ist jetzt plötzlich wieder voll in auch in Grafiken ich meine das merkt man zum einen man kann dort ja wirklich die alten Spiele wirklich ausprobieren und teilweise mit Originalgeräten so im Endeffekt so Arcade Stations aber darüber hinaus merkt man auch bei neuen Spielen also ich habe auch viele Spiele gesehen die ganz bewusst also wenn es früher einfach die technische Limitation war dass ich jetzt keine 3D Grafiken machen kann oder sonst was das kombiniert man jetzt ganz bewusst irgendwie 3D Grafik mit Pixel Sprites was also die frühen Shooter hatten das irgendwie bei Doom oder sonst was dass du dann irgendwie noch so Sprites hattest weil du es technisch anders lösen konntest jetzt plötzlich wird das wieder so ein neuer ästhetischer und grafischer Trend dass man so Sachen macht und man merkt man sucht einfach nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen weil einfach die reinste High-End Grafik und sowas kann man schon machen ist super aufwendig aber das hat man halt auch schon irgendwie gesehen also diese wir sind fast schon generischer 3D Look und sonst was die man mit Spielen verbindet da muss schon sehr sehr viel Production Value drin sein damit das sich irgendwie raushebt und man kann aber mit wie gesagt so Pixel Art Techniken und so weiter ganz ganz einzigartige Sachen machen und das ist erstaunlich wie das sich jetzt durch alle Genres auch zieht also vom Platformer Game wo es irgendwie noch naheliegend ist also Super Mario mäßig bis hin zum 3D Shooter oder auch bei Strategiespielen dass man dann plötzlich auch so wie so ein Scherenschnitt also dieses Keingabe was ich erwähnt hatte so Scherenschnitt Figuren die da ganz interessant sind also es ist erstaunlich was da alles künstlerisch möglich ist und was da alles kombiniert wird zeigt auch so ein bisschen dass das Spiel ja an sich dann sehr sehr schön gemacht ist von der Spielweise her oder von der Geschichte wenn es halt auch mit einer Pixel Grafik funktioniert aber was was wir uns ja dann auch überlegt hatten war dass man das ja auch in anderen ich sag jetzt mal Kulturbranchen sieht zum Beispiel in Musik diese Nostalgie zu den 80ern oder teilweise auch sehr viele Leute die wieder anfangen Vinylplatten zu hören oder alte Filme zu gucken vielleicht sind wir auch alle einfach ein bisschen nostalgisch in einer Zeit ohne Pandemie und Krieg waren auch ein paar Gedanken die uns dann aufgekommen sind diese ja weil es war ja schön diese alten Sachen zu sehen das sind Sachen mit denen ich jetzt zum Beispiel teilweise nicht aufgewachsen bin und trotzdem habe ich eine Art Nostalgie gespürt als ich da reingelaufen bin ja und für die die wirklich in der Zeit aufgewachsen sind war das halt eine unbeschwerde Zeit und das ist halt diese Verbindung auch mit der Kindheit und Jugend die jetzt wieder halt dann quasi wie man da wiederfindet aber neben sag ich mal der Flucht und Esprafismus irgendwie in bessere Zeiten ist auch spannend also wir hatten es ja eh schon erwähnt dass das auch gesellschaftlich sehr relevante Themen angesprochen werden und selbst Spiele die auf den ersten Blick irgendwie ja sehr kurz also sehr spaßig erscheinen also du hast zum Beispiel Zombie Cure Lab angeschaut und selbst da war ein Gedanke dahinter magst du das vielleicht ein bisschen erläutern ja also mit Zombie Cure Lab das ich war komplett begeistert auch von der Rebecca Wingert mit der ich geredet habe Rebecca Files das Interview war sehr sehr toll und angenehm das ist ein Spiel wo es darum geht dass man Zombies heilt also man tötet sie nicht was ja schon mal das Spielprinzip von Zombiespielen komplett umwirft aber ja es ich fand den Gedanken dahinter sehr sehr faszinierend dass alles ist doof aber man probiert es wieder zusammen zu flicken und man es ist auch ein Spiel wo man sich so ein Labor aufbauen muss und man muss aufpassen dass die Zombies nachts nicht kommen und einen auch zum Zombie machen aber der Gedanke dahinter war nochmal interessant weil man sie dann erstmal Stück für Stück heilt und die können dann einem helfen Aufgaben zu erledigen und dann muss man aber aufpassen weil wenn sie zu wütend werden dann beißen sie mich trotzdem und ich werde auch wieder zum Zombie heißt es wird an den Spielemechanismen nochmal ein bisschen gefeilt und das ist halt auch was was halt bei Indie-Spielen einfach generell sehr cool ist weil man da sehr viele neue Sachen sieht aber gerade bei ZombieCureLab fand ich es dann auch interessant was sie mir erzählt hat zu der sozialen Verantwortung in der sie sich sehen und in der sich auch sehr viele SpieleentwicklerInnen mit denen wir geredet haben sehen weil sie wollten auch einen sozialen Beitrag leisten mit dem Spiel das sie gemacht haben und dafür haben sie sich was überlegt was ich auch einfach am besten Rebekka selber erzählen lasse wir versuchen immer mit unserem mit unseren Projekten quasi den Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren und haben auch eine Kooperation mit der Universitätsklinik Erlangen und Rostock begonnen und derzeit forschen die gerade am Juwel-Melanoma das ist ein seltener Augenkrebs der dann eben in die Leber geht und die suchen händeringend nach Computing Power und haben sich halt gedacht so wer hat die krassen Maschinen wer hat die Gaming-PCs die Gamer warum kann die Uni das nicht machen die können die Forschung nur auf die gängigen Krankheiten beziehen wegen Förderung und so weiter weil ja genau die seltenen Krankheiten haben sie einfach kein Budget und da haben wir jetzt bei Terabyte die Science App entwickelt die man eben wenn man Zombie-Cure-Lab kauft kann man sich die auch runterladen wenn man Bock drauf hat und kann dann eben Wissenschafts-Supporten unterstützen Research das ist einfach du lädst die runter und dann machst du Berechnungen Kalkulationen im Hintergrund während du spielst oder während du ins Gym gehst wie du willst das benutzt dann deine CPU-Power kannst aber auch einstellen wie viel von deiner CPU-Power benutzt wird und das funktioniert dann quasi so stell dir eine stell dir eine Ibuprofen vor die hilft ja gegen Schmerzen aber auch gegen Entzündung so und wir haben eine Datenbank von Medikamenten Krebsmedikamenten zum Beispiel und eine Datenbank mit Proteinen das nennt sich Protein-Ligend-Docking wir berechnen was dockt wo an also welches Medikament dockt mit welchem Protein an da wissen wir noch nicht was passiert so wir wollen einfach nur quasi rausfinden ob ein Medikament mit einem Protein andockt und die Uni findet dann raus ob es vielleicht ein Drug Repurposing möglich ist das heißt ob ein Medikament auch noch eine andere Wirkung einen anderen Nutzen hat wir berechnen dann diese Dockings wo passiert was wir wissen noch nicht was passiert und die Uni checkt es dann im Reagenzglas nachbefügt es sozusagen und die schauen dann hey wo könnte man ein Drug Repurposing machen weil wenn du ein Medikament auf den Markt bringen möchtest dauert es 10 bis 15 Jahre bis es zugelassen ist wenn wir jetzt aber feststellen hey das Medikament reagiert mit einem anderen Protein da passiert was dann können wir das also Professor Dr. Julio Vera Gonzales sagt immer gerne we can speed things up so wir helfen dieses Drug Repurposing zu zu verschnellern und wir helfen dann bei der Forschung gegen Rare Cancer ja faszinierend dass man mit einem Videospiel dann sowas unterstützen kann vor allem zeigt das auch wie sehr sie sich Gedanken darüber gemacht haben also es ist vielleicht etwas was man sich jetzt auch ein bisschen besser vorstellen kann nach Corona diese ganze Geschichte dass der Impfstoff dann viel schneller da war als es als es sonst war weil halt die Gelder geflossen sind und sie hat dann auch zu mir gesagt ja oft haben halt die Universitätskliniken einfach das Problem das Budget nur für diese eine Sache da ist und ja ich finde das einfach wunderschön wenn man jetzt sagen kann okay wir nehmen jetzt die geilen Gaming-PCs verbinden das mit diesem Zweck der einfach übel wichtig ist und können dann so zusammenarbeiten to speed things up so wie der Professor das gesagt hatte und ja es ist einfach eine sehr schöne Vorstellung dass man vielleicht wenn man seinen PC zur Verfügung stellt dann helfen kann eine sehr seltene Krebsart zu heilen genau ist viel sinnvoller als irgendwelche blöden Kryptowährungen zu meinen und sonst was also da merkt man in welche Richtung das gehen kann also das gibt mir auch wiederum Hoffnung dass man da auch solche wirklich sozial sinnvollen Sachen machen kann genau und bei der Realität zu bleiben was mich auch fasziniert hat wie also ich meine Grafik wird ja jedes Jahr krasser also so ein bisschen zum Fotorealismus aber es sind nicht nur die Grafik sondern es sind auch die Simulationen an sich und da gibt es neben den ja üblichen Vertretern also einer Größenstände Landwirtschaftssimulator riesengroß oder generell Simulationen Goat Simulator wo man eine Ziege spielen kann genau Multiplayer ist ganz neu also das sind so ganz besondere Sachen aber um bei den seriösen Sachen mal zu bleiben also nichts gegen den Goat Simulator der macht auch Spaß aber genau du hattest auch genau aber du hast ja ja auch Train Simworld 3 angeschaut ja das war ich glaube der größte Überraschungseffekt für mich für die ganze Gamescom weil ich bin eigentlich jetzt nicht so der Mensch der gern Simulationen spielt außer den Goat Simulator den wir gerade erwähnt haben den habe ich einmal gespielt fand es ganz lustig habe es dann auch wieder weggelegt aber dadurch dass wir bei der Computerspielschule sehr viele Kinder haben die Simulationen sehr sehr cool finden und die Community was diesen Bereich angeht auch steigt haben wir dann einen Termin ausgemacht mit den Machern von Train Simworld 3 und das ist im Endeffekt ein Simulator von ein Zugfahrsimulator man kann dann mit der Deutschen Bahn fahren Strecken in Deutschland man kann aber auch in Großbritannien oder auch den USA fahren das sind auch die drei größten Märkte für dieses Simulationsspiel und was mich da fasziniert hat war wie geteigetreu das alles nachgemacht wurde also jetzt das ist jetzt schon die dritte Version wir haben uns dann auch angeguckt wie wenn zum Beispiel der Schnee fällt wie schön das aussieht wenn dann die Scheibenwischer den weg machen und es ist aber noch eine einzelne Flocke da die nicht ganz weggewischt wurde so wie in echt und ich war einfach fasziniert davon wie geteigt getreu man das mittlerweile nachbauen kann und auch das benutzen kann um eben zu lernen wie man Zug fahren kann und da habe ich ihn jetzt auch spezifisch mal gefragt wie ist denn das wie gut kann ich denn damit lernen dann vielleicht auch für eine Ausbildung später oder innerhalb der Ausbildung Schaffner dann zu werden man muss sich das so vorstellen dass bei uns vor allem es fühlt sich alles echter an weil wir sehr viele Arbeiterinnen verstecken wie sich der Zug auch bewegt also man muss sich vorstellen der Sitz ist ja nicht starr in der Lok der bewegt sich hin und her sowas wird in Ausbildungssimulatoren gerne mal ignoriert oder auch zum Beispiel für die ist es dann nur wichtig dass die Signale stimmen und dass die Lokführer die Signale ordentlich bedienen können wir simulieren aber den Rutsch den Wind ob es nass ist sowas gibt es bei denen teilweise gar nicht und da sind wir denen dann doch voraus wir haben viele Lokführer quasi mit uns zusammenarbeiten weil sonst würden wir den Detailgrad gar nicht hinbekommen und die sagen auch immer wieder dass teilweise unser Simulator besser ist als die Ausbildungssimulatoren bei denen da gibt es Begrenzungen und zwar wir bauen teilweise an sicherheitsrelevanten Stellen lassen wir was aus sodass eine Person jetzt nicht einfach zum Zug gehen kann und den einschalten und losfahren das wird von den Unternehmen teilweise einfach als Nettigkeit gefordert weil die wollen jetzt nicht dass jemand auf den nächsten Bahnhof rennt und in den Zugsteig losfährt weil es erstaunlich einfach ist ja wir sind schon an den Punkt angekommen wo die Simulationen so realistisch sind dass wir Sachen weglassen müssen damit Leute sich nicht einfach in die ICE reinsetzen und dann einfach damit losfahren das hat mich einfach komplett geflasht weil ich mir dann dachte wow also die Spieleindustrie hat die Simulationen jetzt besser hinbekommen als das Programm womit die Deutsche Bahn ihre Leute ausbildet ja ja also wirklich spannend ich meine wir haben ja auch bei uns in der Computerspielschule den Flight Simulator auch im Einsatz wo man dann über ganze Welt fliegen kann so blöd es klingt und auch die Kids fahren da voll drauf ab also oder auch der Eurotruck Simulator also auch ein Spiel was ich selber für mich persönlich nie auf dem Schirm hatte es gibt für die Kids nichts cooleres als einen fetten LKW dann zu fahren und zu steuern und das ist schon faszinierend also in welche Richtung das sehen kann und wie gesagt so das krasseste für mich war dann auch dieser Vortrag zum Astronautentraining dass auch da Simulationen eingesetzt werden also Virtual Reality Anwendungen dass Sachen die man halt so nicht trainieren könnte jetzt mit Gaming-Technologie im weitesten Sinne irgendwie möglich sind also was ich dann auch cool fand war dass er dann gesagt hat dass Simulationsspiele oft der Einstieg sind für Leute die normalerweise nicht spielen weswegen sie sich jetzt sehr viel Mühe gegeben haben in dem dritten Teil dieses Spiels jetzt eben ein sehr sehr ausführliches Tutorial zu machen einfach damit das nochmal erleichtert wird für die Leute und die dann später auch vielleicht andere Spiele spielen genau ich glaube tatsächlich dass es da auch diesen Unterschied zwischen dieser Gamer-Kultur geht die auch so eine eigene Pop-Kultur ist wo man auch wirklich ganz eigene ja auch Ikonen hat und eine ganz eigene Welt und es ist auch klar so als Gamer kenne ich mich in diesem oder Gamerin kenne ich mich wirklich in diesem Bereich aus aber eine Simulation hat das Potenzial auch Leute anzusprechen die sich in diesen Welten überhaupt nicht auskennen aber die sich einfach für das Thema interessieren also jemand der sich für Züge interessiert der wird ja die Trames im World anschauen jemand der sich für Landwirtschaft also wird ja auch von vielen Landwirten tatsächlich selber gespielt also die dann abends einfach so diesen diese Power-Fantasie ist es eigentlich ausleben dann halt alle möglichen Geräte zur Verfügung zu haben und das was man vielleicht in einem eigenen komplett kaputt zu fahren was man echt nicht machen darf genau oder es halt wirklich wie gesagt so perfekt zu machen weil ich einfach Geräte habe die ich mir sonst nie leisten könnte und auch das mal auszuleben also das ist wie gesagt nochmal ein ganz spezielles Feld und ich glaube an Simulationen kann man ja auch so viel Zeit wie Leute insgesamt im Spielen verbringen kann man auch mit einer einzelnen Simulation verbringen wenn man sich für das Thema begeistert genau also man merkt einfach wie wie breit Gaming inzwischen ist aber vielleicht gerade jetzt zum Abschluss was waren noch so deine Highlights über die wir vielleicht jetzt noch nicht gesprochen haben was war jetzt so das was dich jetzt nochmal fasziniert hat also neben den Train Simulator gab es da irgendwas was wo du sagst das hat mich völlig überrascht also ich fand es sehr sehr schön diese offene Atmosphäre und ich deswegen ich finde da wo man es am meisten gemerkt hat war im Cosplay Village wo halt ganz viele Leute in verschiedenen Cosplay Kostümen da waren es wurde performt es wurde zu K-Pop getanzt es wurde es wurde gezeigt wie man sich eigene Cosplay Kostüme machen kann es wurde gezeigt welche Variationen es da gibt man konnte mit Leuten die das professionell machen die man aus dem Internet vielleicht kennt Fotos machen und ich finde da ist dieser ganze Spirit nochmal extrem hochgekommen auch weil halt sehr viele verschiedene Aspekte vereint wurden und auch einfach weil das so ein Ort war wo die Leute nicht ausgelacht wurden dafür wenn jetzt jemand mit einem Cosplay in Stuttgart über die Königstraße läuft dann werden die Leute sich erstmal umdrehen und denken was ist das für ein komischer aber ja ich finde ich finde das Cosplay das Cosplay Village hat das sehr gut gepräsentiert und das war so eins meiner Highlights würde ich sagen wie ist das bei dir? also ich finde es auch generell faszinend diese Anknüpfungspunkte es gab ja dann ich selber bin jetzt kein riesen Metal Fan aber nichtsdestotrotz war ich begeistert von dem Metal Konzert was stattgefunden hat zwar auch im Endeffekt war das eine Promoaktion für ein Spiel was da präsentiert wurde aber es war halt einfach ein fettes Metal Konzert was da noch mit stattfand und auch darüber hinaus also wir waren ja dann abends auch noch in der Stadt unterwegs es gab ja natürlich auch unzählige Branchenparsis etc aber da musste man nicht mal hin sondern allein quasi abends dann noch in Köln rauszugehen hat sich die ganze Community hat sich dann noch getroffen also keine Ahnung auf dem Fischmarkt am Rheinufer und sonst was hast du dann abends noch die ganzen Leute getroffen die sich unterhalten haben und auch der internationale Charakter also ich glaube 75% der Aussteller waren aus dem Ausland und man hat gemerkt also wir haben auch ständig geswitcht zwischen Deutsch und Englisch in den Terminen also man hat wirklich gemerkt dass es eine internationale Messe ist und wie groß das Ganze ist also dieses ganze drumrum neben den einzelnen Spielen war schon faszinierend weil ich jetzt auch am Ende nicht drumrum komme ein Spiele-Highlight auch für mich nochmal einzubringen weil das einfach die Entwickler von einem meiner absoluten Lieblingsspiele sind also Oldboy war ein Platformer Metrovania wunderschöne Story wunderschöne Pixel-Art Grafik und sowas die ich vor ein paar Jahren gespielt habe und ich habe durch Zufall dann gelesen von den Entwicklern und dann denkst du okay vielleicht ist das ganz interessant und es war ein geheimer Titel der noch nicht angekündigt war und ich darf es jetzt sagen Vikings on Trampolins heißt der und es ist einfach ein Spiel was einfach nur Spaß macht also man muss ja auch sagen neben den ganzen ernsthaften Themen die ja auch behandelt wurden es darf auch einfach Spiele geben die einfach nur Spaß machen und der Titel ist Programm also man springt mit Wikingern die wunderschön animiert sind in so Pixel-Art Grafik auf Trampolinen muss sich dann gegenseitig runterstupsen oder eben kooperativ den natürlichen Feind der Wikinger nämlich Ballons bekämpfen weil mit den Hörnern kann man ja die Ballons zum Platzen bringen und es ist einfach ein tolles Gameplay und ich denke auch das werden wir irgendwann eine Computerspielschule auch haben das würden auch alle lieben also auch Spiele dürfen auch einfach mal Spaß machen und das ist für mich auch noch so abschließend so ein Highlight was ich einfach mal so ein bisschen erwähnen muss dann muss ich auch noch kurz ein Spiel empfehlen weil ich da auch komplett drauf hängen geblieben bin und zwar von Low Birth Games das ist eine kanadische Firma für alle die vielleicht auch mittlerweile einfach mal Life is Strange gespielt haben weil wir es schon tausendmal erwähnt haben in dem Podcast das ist ein Spiel was sich daran inspiriert hat und da kann man dann als ja als Maid also wie übersetzt man Maid auf Deutsch als Hotelfach Angestellte in den Zimmern rumlaufen von den Gästen und sich ein bisschen in die Sachen durchwühlen und das wird dann so eine Art Mystery Game wo man dann interessante Sachen mit reingewickelt wird und das da freue ich mich auch das kommt nächstes Jahr raus ich bin sehr sehr gespannt verwickelt meinst du bitte? in Sachen verwickelt wird glaube ich meinst du reingewickelt klang sehr sehr lustig verwickelt das ist das Problem wenn man die ganze Zeit probiert die Sachen während man redet dann ins Deutsche zu übersetzen genau ja ich bin auf jeden Fall sehr voll mit Inspiration gepumpt ich habe dir auch gestern gesagt ich habe jetzt Bock bekommen selber ein Spiel zu entwickeln obwohl ich selber nur theoretisch weiß wie das funktioniert aber wenn man mit so vielen Leuten redet die das mit so viel Leidenschaft macht dann bekommt man einfach Lust das selber auch auszuprobieren also man kriegt ja natürlich jetzt hier so das präsentiert und auch die Begeisterung und die ganze schwere Arbeit darauf zielt es ja auch so ein bisschen hin also dass man das dann auch veröffentlicht und präsentiert das darf man natürlich nicht vergessen wie viel wirklich Arbeit auch hinter diesen ganzen Entwicklungen steckt aber klar das ist natürlich ein Highlight und es ist einfach ein ja Kultur ein Kunstwerk was da entsteht und deswegen war ich auch um jetzt nochmal das Fazit zu treffen mir hat es gar nicht gefehlt dass jetzt die großen Publisher da nicht vertreten waren weil dadurch einfach so viel mehr Platz war für eben kleinere Spiele und ich hoffe auch tatsächlich dass dadurch auch viel mehr auch von dem Publikum eben diese kleinen Spiele gesehen haben man da einfach ein bisschen auch da diese Vielfalt kennengelernt hat und auch die ganzen kleinen Perlen gesehen hat also wir haben noch sehr viel mehr Interviews gemacht die werden teilweise dann in die nächsten Folgen noch so ein bisschen reingestreut weil sie dann thematisch sehr gut dazu passen ich hoffe dass wir nächstes Jahr dann auch wieder dabei sein werden und dann nochmal mit ganz vielen coolen Leuten reden dürfen und dann bis dahin macht's gut und bis bald bis bald ciao bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020